oder schönen guten hallo und willkommen zurück zu einer weiteren folge feed the beast infinity evolved und natürlich ist auch der dosh mit dabei guten tag so wir wollen heute meinen den neta ich muss vorher mal die tasche leer machen sonst bringt das nichts ja ich weiß und kraft kann erstmal also das kann weg das kann weg ja hier schreiben tool und papier braucht man natürlich um hier so wird es zu bekommen wie es jetzt zum beispiel da im tisch liegt habe ich natürlich auch vergessen zu sagen naja egal was ja fackeln das ist ein bisschen cobblestone würde ich sagen ja ich habe schon ein stack dabei ja ich habe mir auch mal zwei sticks mitgenommen denkst du auch an deinen glider glider müsste ich wo habe ich denn den ich weiß es gar nicht leider müsste ich vorwischen gehen ja weiß ich nicht so warte mal ich habe da noch ein bisschen zeug ey ich habe die taschen komplett noch voll und du kommst da nicht rein ja tschuldigung ich habe eigentlich bin eigentlich davon ausgegangen dass die lehrer sind was sind von beruf bauer oder polizist was warum ja wenn die taschen lehrer sind leider glider 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 wo habe ich denn den akum da ich habe doch den tag heute erwischt so ich nehme mal noch weißt du was wir noch machen können wir könnten noch einen tank mitnehmen um lava abzuschöpfen so eine menschkeit ja warte mal einen tank ja komm einer reicht das mal weißt du was dann nehme ich mal den tank von oben mit aber macht mir schnell zum hand hast du ihn war das ist kein problem das kann ich schnell herstellen ok ansonsten gibt mir gibt mir schon mal das obsidian ich mache dann schon mal das tor für das ist lustig du hast du noch das feuer zeich habe ich ja dann geht mal hier ja das hast du mir nicht gesagt ja danke ich will so wohl nicht heute wieder so hoffentlich kriege ich das noch hin ja wenn ich an alte zeiten denken von rego ach so ja das portal zum zum mining world damals auch ein bisschen größer hat es geht was denn ich dachte dass es wieder mal falsch gemacht aber nein nein habe ich nichts passiert mir ja nie nein nie so den verschwenden austauschen und wir haben und wird ja geil was noch 4 in war bp kann aber nochmals Prozent ja dann würde ich nämlich den tank den ich jetzt habe dann auch gleich um bauern das ist ein eimer das ist ein eimer ja ich habe drei eimer sowas danke mein hab ich ja auf blutspetteteil ach so ok was geht da hin so rum ja passt hand cool so und was tausend die Bank ist sehr gut gut also auf den hinterlässt sehr gespannt ich auch und 3 2 1 ja es sind dabei okay auch schon ja ich habe auch noch mit ein paar baked potatoes dabei gut gehen wir mal in den die tor genau we need to go deeper ja und bei mir hängt das gerade bei mir auch downloading terrain ja das habe ich noch nicht mal so ich bin da ich auch ja geil geile stelle erwischt da hat es explodiert wo hab ich mich erschrocken da hinten habe ich irgendwas blitzen gesehen was ist das Ei? Ei Bull? Ich seh ihn garst Alter Boah Boah Hey wir sind direkt an der Festung Was? Ja Das ist ja cool Leute ich seh es Richtig nice Hey da ist Klosron Hey cool da ist Sulfur Ja okay Ja dann du dir mal ne Ja genau Also Was bist denn du immer noch so ne Fuhr Oh Leisei Ah Soll ich mal die Zombie Pigment Akro machen? Ah guck mal hier Hobalt Ja Toll Kannst du schon abbauen? Ja ja Das ist ein Taxi-Packet Sie hat meine glaube ich manual hin Ah cool Auch nicht gewusst Ja Richtig nice Richtig nice Richtig nice Den muss ich nämlich auch noch scannen Hier ist Nether Quartz Ah Magical things Okay Nether Quartz Kann ich das schon? Ja Ist mir auch noch ne drin Loll Ich hab aber so nen Nether Quartz Vorher hab ich nen Chart bekommen Ja auch nicht schlecht Ein Greed Chart Sag mal her Ja Forbidden Magic Ah Oh Mhm Ich glaub das war ein Fehler dir das zu geben wenn du jetzt nur die verbotene Magie reingehst Hehehehe Ja ich sammle alles auf Jo Ich glaub das Nether Quartz schon scannen Ne Schade Ardied Ne Wird aber also Ardied mit ne Ja Cool Ja Einer muss halt vorbereitet sein Ja ja ich glaub ich kann Ach ne ich kann noch keinen Stahl herstellen Da brauch ich erst noch den anderen Coke rufen Von Immersive Aber guck mal da ist auch noch ein bisschen Nether Gold Okay Äh ich lass das mal lieber Ja man weiß noch nicht genau wie die Zombie Pigment drauf reagieren ne Ja wenn Nether Wars da ist dann dürften die wahrscheinlich aggressiv werden Okay Oh ne Magma Cube Kube 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 Magma Cube Magma Cube Na komm Uah und ein Skelett Ein Wither? Ne normales Das ist langweilig Ne Mit meinem Schwert nicht Ja Mark's Glass genau Mhmm Neun Hut dazu bekommen Hallo Ja ein Wither Skelett geil Ja jetzt wirds interessant Ja Ja Weiße Der sich verwittert Oh 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 Gott Ha Anwesend Ähm Wo ist es? Ja der ist schon tot Ja Hat aber auch nur Kohle Äh Getroppt Zulufu hab ich bekommen Äh Oh ein Sloth Shard Okay Bin ich mal gespannt was ich damit alles anstellen kann Hehehehe Sloth? Meinst du oder? Ja Sloth Hab ich doch gesagt oder nicht? Ich hab da grad so ne Vermutung Oh hier ist ein Blaze Spawner Ja geil Nur da hinten Seh ich nicht Into Fire Ja Ein Copper Ore Machst du jetzt hier die Blaze kaputt oder was? Ja ich wollte zwei Blaze Futs Ja okay Alter Ha Ja mach du ruhig mal Ja ja ich hau ab Wir haben doch nicht mal irgendwie Bogen oder sowas Aha Da ist der Iron Da ist der Papa Okay Ich glaub meine Vermutung hat sich bestätigt Welche? Ich hab grad noch ne Shard bekommen Raph Shard Aha Oh 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 Die Zombie Pigments sind aggro Wieso? Weil du hier was abgebaut hast? Ich hab nichts abgebaut Hä? Ich hab zwei nur da drin und hab gegessen Mhm Hm Ne aber meine Vermutung war Raph Shards Also die Shards die wir hatten war ja so bisher Greed Sloth und Raph ne? Ja Oh 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 Ach so meinst du das ja? Okay Dahin ist ein Blitz Oder hier ist nochmal ein Blaze Spawner Oh 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 Drei Vier Witter Skelette Ich glaub wir hauen jetzt mal ab oder? Oh alter Erstmal weg Da waren sogar fünf Da war noch ein Nebengang eins Ja gut ne? Aber nicht schlecht Nicht schlecht Okay ich mach mir hier jetzt immer ein Waypoint Neu ähm Hast du da in seinem Portal gemacht? Wie heißen die Platze ne? Ne hab ich nicht Ja ich hab auch nicht Ja ich hab auch nicht Aber wir sind ja direkt hier So close Ne was ich jetzt aber gesagt haben Wollt ihr die Shards? Wir haben jetzt Raph, Pride und Greed haben wir das? Ich weiß nicht ob dir das was sagt aber das sind die bisher Bisher sind das schon mal drei von den sieben Todsünden Ah ok Ja Ah stimmt ja Cloth ist ja Faulheit ne? Zoloth ist Faulheit, Greed ist Gier Raph ist Wut oder Zorn Ich glaub eher Zorn Ja Zorn Dann müsste noch ein Fright kommen Also Stolz Ne hier gehts nicht lang Glatini also Wollust Last Ne Glatini war Völligkeit Hier gehts nicht hoch Hier gehts nicht hoch Glatini war Völligkeit und Last war Wollust Ja genau Da ist der Blaispawner Ich glaub ich sind von oben gekommen wenn das soll Ja Fängt schon gut an ne Ja Ja Ne ich will sagen von hier Hier waren wir Ja Gehen wir mal in ne andere Richtung oder? Da vorne ist ein Blais Ähm ja Wollte kommen Hauer Kleiner Trick Ja Gießkanne nehmen einmal kurz gießen und dann ist es aus Ja 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 schauen wir da Achso ne besser nicht Besser nicht Na einfach mal hier Meinern gehen Ähm Da holen wir uns am besten noch Silic Touch Ja Wollen wir vielleicht mal in ne andere Richtung laufen? Warte mal Neu Ähm Boah Oh Gott Portal Ja Mal kommen wir gerade Los Gehen wir mal in die Richtung Oh Oder woanders Warum? Da vorne ist wenn man ein Wespen-Nest Ach du scheiße Gehen wir mal hier runter Wir wollten eh nochmal runter zur Lava Stimmt Ich glaub hier haben wir einen guten Punkt Hm Ja Was ist das? Oh ein Grab Cool So von dem Zeugsen nehme ich mir hier noch ein bisschen was mit Ich stell mich dann mal zwar gerade hier hin Ja Du musst aufpassen wegen äh Gas ne? Ja Dann füllen wir schnell so viel Lava auf wie es geht Ja Ach toll Mach mal so 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 Na Ha Also meiner ist gleich voll Naja meine auch noch nicht Halt So Aber wenn ich das auch richtig gesehen habe Ist ja auch ein richtig dicker Lava-See also Da kann man noch mal eine gute Lava-Pumpe aufbauen Ja Demnächst mal Ähm Nun sitzt drin 18 Alter ich hab auch mal die Hälfte Ich bin voll Ja das weiß ich Ähm Hab ich mir auch noch was für den Cent mit 20 28 29 30 31 33 So da haben wir die French Kann man dann am besten noch in die Lava fallen lassen? Boah Klaus, komm mal her. Oh, ich habe noch Lapis gefunden. Oh Mann, eh. Komm mal hier drüben hin? Wie los? Weißt du? Weißt du, weißt du. Ah, okay. Hier haben wir so eine wundervolle 16-Plattform-Zombie-Figmen, ne? Ja. Ich habe gerade Hunger. Guck mal, das ist deine Mama. Alter! Was machst dann du? Ich habe gegessen. Ah. Super. Ich bin nämlich jetzt auch tot. Ich habe nur gegessen. Mhm. Und somit haben wir 3 zu 4. Warte mal. Moment. Wo habe ich das... Hast du noch das Vakonic Info-Tablet da? Ja? Nein, das habe ich dir wiedergegeben. Ich meine... Mir fällt da gerade so etwas ein. Kumpel hat dir gesagt, niemals bei Draconic Evolution Porkchop essen. Okay. Ich habe da gerade so eine Vermutung. Aha. Du hast Porkchop gegessen. Mhm. Und... Ja. Ehrlich. Ja, sorry. Aber wie soll man darauf kommen? Vielleicht das ja... Weißt du, da willst du einmal so einen bönen Spruch machen und dann... Aha. Ach man eh. Ja. Die hast du aber noch aggro. Alter, echt jetzt? Ja. Hallo? Ich habe eine Idee. Koppelzahn-Zahn irgendwie was hinbauen. Den wegdrücken oder so. Ähm. Ich stelle mich halt noch einmal mehr. Ah, diese Aufnahme ist echt in einem guten Licht gewidmet, ne? Ja, ja. Definitiv. 3. 5 sind es schon. 3. 5 sind es schon. So. Wir haben jetzt erstmal eine Eisenrüstung gemacht. Ich habe ein Stahlschwert. Super. Ähm. Die sind jetzt alle aggro... Oh man eh. Nee. Das ist echt noch dieser eine. Der eine? Okay. Ja. Alle anderen gehen. Die sind voll gechillt. Aha. Bin ich jetzt mal gespannt. Ob der auf mich auch noch aggro ist. Weil ich habe ja kein Schweinefleisch gegessen. Äh. Ja genau. Ne Bett. Ich habe gerade das Tabletch gefunden. Wir schauen mal nach. Äh nein, nein. Und war ein Todespunkt. Ja. Pigment Blood Rage? Ja, ja. Don't let the pigmen see you eating pork. You won't like what happens. Aha. Ja. Da unten ist ein Skelett. Super. Ja komm, hau ab. Ich weiß jetzt nicht, ob sich das lohnt, eine Rüstung gerade zu machen. Jawoll. Genau. Mhm. Ah, alter. So und jetzt? Was machen wir jetzt mit dem? Schönen. Man, man, man. Mir gibt bald der Stahl aus. Vor allem der macht einen One-Hit, ne? Ja, ja. Wenigens haben die Zuschauer was zu dachten. Ja, definitiv. Boom. Ähm, hier war eine Feuerfedermaus. Siehst du durchs Portal raus, oder was? Mhm. Oh Gott, dann müssen wir das Portal noch schließen, ne? Okay, wir machen das jetzt. Glaubst du, wir können uns da rangraben? Weiß es nicht. Ich habe jetzt bloß ein Schwert dabei, ne? Ja, ich habe noch was Rüstung gemacht. Der ist gechillt, oder? Ja, der macht gar nichts. Der Rest ist gechillt, ja. Ähm, ich versuche jetzt mal eine Seite da ranzukraben. Wer ist denn das jetzt von denen? Bei. Ich glaube, der hier. Aber da sind auch noch Skelette, gell? Was sagst du hier nur? Wisp. Achtung, Zombie Pigment. Habs gesehen. Mehrere sogar. Ei, 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 ei. Ich versuche jetzt mal was. Also versuche ich mich jetzt mal, ja, genau da hinzugraben. Alter, drei Gräber, drei Skelette. Super. Ja gut, wenigstens haben die keinen Bogen. Okay, hier geht das nicht lang. Ja, die Folge hat es eigentlich hinter sich. Aber das wollen die Zuschauer bestimmt nur sehen. Ja. Ja. Ey, wer hätte damit auch rechnen können, dass die so ausrasten. Oder der wenigstens. Ja. Siehst du mal, ne? Ja, ich hab's ja gelernt. Ich werde egal, ne? Ja. Die verfolgen dich ganz schön. Okay, ich hab die Erfahrung schon mal bekommen. Ähm. Ja. Ja. Ist das hier der eine der... Ja. Ja. Haha. Ja. Toll, jetzt kommt er zu mir. Der eine jedenfalls. Auf jeden Fall. Das ist ein super Gang, den ich gegraben hab. Das ist direkt darunter. Ja. Uah. Alter. Haut mich das Skelett hier weg. Gott. Wah. Nein, 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 nein. 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 Weg, weg. Wo bist du denn? Gott. Wo ist denn hier der Gang? Hast du denn wieder zugegraben? Ah. Ja, wo bist denn du jetzt wieder so schnell hergekommen? Das ist direkt hier am Decke. Ich würde sagen, wir machen hier oben zu, oder? Ja. Weil ich glaube, hier ist irgendwo ein Skelett gelandet. Aua. Also ich könnte den jetzt hier gerade töten, der ist vor mir. Dann mach. Alter. Was denkt der? Der frisst überhaupt keinen Devil, oder? Wie? Der hat richtig viel ausgehalten. Ich habe einen Chart bekommen. Glutoni. Okay. Ja, dann ist jetzt wirklich die sieben Prozenten. So, warte mal. Ich gucke mal von oben. Wie? Achso, okay. Nein. Da ist ein Skelett. Okay. Ja, ich sehe die Greiber direkt vor mir. Okay. Also hier sehe ich mal keinen Zombie-Pigman mehr. Ja. Okay. Ich habe deinen Grabstein freigegraben. Aha. Ja gut, die Skelette kriegen wir so hin. Hoffentlich. Okay. Also wir könnten es gerade schaffen. Unsere beiden Greiber sind frei. Okay. Okay. Das erste Grab. Das Problem ist, hier ist ein Zombie-Pigman. Ja, der wird aber ein Aggro sein. Also ich höre es mal nicht. Ähm, ich habe einen Zombie-Pigman angegriffen. Ja, das wird aber ein besonderer gewesen sein, denke ich mal. Na, ja, ja. Ich habe danach trotzdem einen Zombie-Pigman angegriffen. So. Ich habe ja einen getötet. Also auf mich ist er ganz gechillt. Weißt du was, dann habe ich eine Idee. Ja, das war dein Grab mit Koppel. Dann grebe ich mich jetzt... Warte, 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 warte. Der... Uah. Der ist nur auf dich, Aggro. Ja, warte, dann lock ich den mal gerade weg. Alter. Jetzt greift mich noch eine Wisp an. Ich habe mich jetzt hier an der Stelle eingebaut. Ja, liebe Zuschauer. Ja, liebe Zuschauer. Liebe Zuschauer. Heute live aus dem VZV-SEN-FIN-TLP. Der Kampf um das Überleben. Ja, aber sowas von. God. Oh, glaube ich. Alleine schon wegen dieser Erektion mache ich irgendwann eine Tönens-Maschine für Zombie-Pigman. Einfach als Rache. Also, ich kann hier rumlaufen. Ich könnte auch die Gräber holen. Bewegt er sich jetzt wieder? Ja. Ja, toll, eine Fledermaus. Geil. Ja, jetzt machst du alle Aggro. Nee, der ist hier durchgepackt. Ah. Sag mal, ich muss hier die Gräber wegmachen. Es kommen dauernd Skelette. Okay. Bleib mal an einer Stelle, damit ich das Grab da abbauen kann. So, okay, gut. Ich habe ziemlich viel. Okay. Äh, Klaus, ich habe einen Großteil von deinem Zeug. Habe ich? Ja, ich habe deins. Das können wir dann später ausklarbüstern, wem was gehört. So, ich habe so gut wie alles. Also, dein Formonomikon und so weiter habe ich. Ja. Ich muss auf jeden Fall mal wieder was futtern. Ich bin nur bei einem. Dann, was liegt denn hier jetzt noch alles rum? Ah, das ist mal eine ganze Rüstung. Ja. Ach nichts. So, Portalgun und so weiter habe ich. Ich habe auch deinen Rucksack. Äh, das wäre super, wenn du mir den Rucksack mal zuschmeißen könntest. Ich habe gerade Angst, da aufzumachen. Ich bin hier. Hier. Hallo. Da, an dem Loch. Also. Ja. Rucksack. Danke. So, jetzt wirf ich mal deinen kurz weg. Oh man, ey. Das Beste wäre jetzt eigentlich, wenn wir uns dann rüberbohren zum Portal, ne? Ja. Moment. Ah, da ist er doch. So. Ah. Alles rein. Alles rein. Alles rein. Ich baue mich dann schon mal in Richtung von dem Portal. 41 Meter. Oh Gott. Was für ein Akt. Mhm. Und du? Ah, Dieter. Ja, kann ich eh nicht abbauen. Weil du meine Spitzsacke hast, kannst du es. So. Äh, hast du, hast du keine Portfolge? Ja. Warte mal, die sind ja gar nicht aggro auf mich, gell? Mittlerweile dürften die doch, weil ich ja einen angegriffen habe. Ja, du hast einen angegriffen, aber die werden dann nicht auf mich aggro. Wären die nicht dann auch aggro auf alle? Nein. Ja, ich bin ja jetzt sowieso gleich beim Portal. Es sind nur noch 22 Meter. Okay. Ich meine, wenn wir jetzt hier drin sterben, dann ist das ja kein Problem. Da sind wir ja ganz nah dran. Ja, aber die Zombie-Pigmen werden jetzt direkt oben drüber sein. Deswegen. Dann würde ich nämlich hier ein Portal setzen und dann auf der anderen Seite rausholen. Ja, jo, aber so weit ist es. Ja, gib mir doch einfach das Ding. Die Portalgun hast du doch schon, die sind in deinem Rucksack. Was, in meinem Rucksack? Äh, ne. Doch, da war der Portalgun. Da ist keine drin. Ist ja überhaupt was drin gerade. Ja, ja, ich habe alles reingepackt, ja. Warte mal, ich gucke mal in deinem Rucksack. Da ist auch keine drin. In den Rucksack, den ich gerade eben zugeworfen habe. Da war die Portalgun drin. Das weiß ich. Die war leer. Der Rucksack war leer. Was? Ja? Warte, wirf mir mal zu. Ah, warte. So, zack. Ja, bei mir ist alles da. Ne, geil. So, okay, cool. Mach ich mal hier ein Portal hin und dann geh ich mal da hinten raus. Äh, wer hat gezückt? Ah, siehste, ich kann ja wieder... Wo komm ich denn jetzt hier raus? Ach. Wo komm ich denn hier raus? Also, komm, ich bin jetzt gleich hier schon im Portal. Ich hör's schon. Ich bin im Portal. Ah, okay, gut. Cool, cool, cool. Also, dein Zeug ist jetzt safe. Boah, ich bin drüben. Boah. Alter, Pfette. Ja, genau. Noch ein Hund. Soll ich fühl' uns auch drüben. Boah. 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 Gott sei Dank, mein lieber Mann. Ja. Das hat sich aber mal gelohnt hier. Äh, also... 4 zu 7? Ja. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Gut, ich bin jetzt bei dir. Gut, gut. Ja. Das klapp ich mir jetzt mal aus, wer jetzt welches Zeug bekommt. gut, aber in diesem Sinne vielen Dank fürs Zusehen, ihr habt euch wohl haut rein und wir sehen uns dann beim nächsten Mal tschüss